Wer kommt da besser aus, wie ein verehrter Kollege sagt, beide gleich auf, beide mit ähnlichem Rhythmus, mit ähnlichen Routen, aber das macht Kim. Wie der den Rebound ausnutzt, wie der den Rebound der Fehler ausnutzt, das ist überragend. In dem Moment gewinnt er dieses Duell, wenn er bis Ende ohne Fehler durchkommt. Hast du das bitte gesehen? Das war die Performance des Abends an diesem Hindernis, das kannst du nicht besser machen, das kannst du nicht schneller machen, da ist glaube ich Philipp auch fast irritiert. Aber hast du gesehen, wie er diesen Rebound ausgenutzt hat? Ja, und der ist ja so ein kleiner Floh mit seinen 1,67 und Philipp habe ich das Gefühl, ist ja noch ganz perplex, dass das funktioniert hat. Aber, Jan Vorsicht, wenn Kim da ein Bock passiert, dann lebt die Chance für Jan. Für Philipp. Äh, für Jan. Okay. Nee, nee, das lässt er sich nicht mehr nehmen. Nee, normal nicht. Also der geht da jetzt den Kamin hoch. Wahnsinn. Wenn die Schuhe die richtigen sind und er da keine Probleme hat oder rutscht, dann ist er, und da freue ich mich drauf, an den Himmelsleiter, weil so ein Hindernis liegt dem. Und das liegt dem auch. Also keinerlei Probleme, Kim Marschner weist sich den Kamin hoch. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast es schon öfter gesagt heute Abend. Nee, hast du gar nicht, die anderen haben es gesagt. Ich würde das aber auch sagen. Also das war eine Performance, das war keine Chance lassen. Ihm hier, Philipp, Hans, aber es waren auf jeden Fall die Sprungfedern. Dramatische Musik Untertitelung. BR 2018